Am Freitag dieser Woche weihnachtet es am Wurzhof in Postbauer Heng. Ab 15 Uhr lädt die Rummelsberger Diakonie zum Winterzauber ein, einem kleinen Adventsmarkt, der alles bietet, was man für die Einstimmung aufs Fest braucht. Der Eintritt ist frei. Tom und Basti präsentieren am Samstag in der Zweifachturnhalle in Deining handgemachte Volksmusik mit Gitarre und steirischer. Auf ihrer Böhmwind-Tour versprechen sie den Zuschauern ein Live-Erlebnis mit Wirtshausstimmung. Los geht's um 20 Uhr. Eintritt 19 Euro. Die schönsten Folk-Songs in eigenen Interpretationen bringt das Duo Mistletoe & Ivy am Samstag auf die Bühne des Kulturstaatels Lauterhofen. Los geht's um 20 Uhr. Und am Sonntag ist das Bronze-Relief am Neumarkter Rathaus Treffpunkt für eine besondere Führung. Um 13.15 Uhr starten von dort die Neumarkter Geschichtswandler und nehmen sie mit auf einen Streifzug durch die Altstadt mit Schauspieleinlagen. Teilnahme 4 Euro. Eine Voranmeldung ist nötig.